Leute, seht ihr das? Es ist... Leute, raus aus mir. Seht ihr das? Ich bin ein Fuchs. Die Füchse sind rausgekommen. Warte, shop. Und zwar, ey, ich liebe den Nebula-Fox. Schaut ihn euch an, er ist wunderschön. Er hat zwei Spänze, das hab ich jetzt erst gesehen. Hier, Crimson Wolf wurde schon mal gezeigt, Varian Wolf noch nicht, Frozen auch nicht, Sky Fox wurde schon mal gezeigt, Blazing wurde so angedeutet, halt ohne die Hörner und Dings, Corrupted, Tribal, sieht auch nice aus, und Lightning, Alter. Mütik, Forest? Ich glaub, den hab ich mal gemalt. Äh, Nature war das mal, Flush Fox, Winter, Gilded, dann, äh, Rare, Black, Grey Black, White Black, wo ist das hier, White Black? Grey Fox, und Tang Fox, äh, dann Orange Fox, White Orange Fox, Black Orange Fox, hab ich mir genommen. Gerade eben, äh, White Fox, und Orange Grey Fox. Und, ich hab's sogar gesehen, bei den Wölfen ist ein Neuer hinzugekommen, und zwar der Guardian. Sieht nice aus. Ich weiß, Tap, Change, Characters, Switch, Anime Packs. Uuuuh, ey, hat der gerade ernsthaft versucht, mich zu töten? Dieses Arschroll. Ey, ich werd sowas von, dass sie durch, mit dem Fuchs durchsuchten. Ich muss hier Fleisch sammeln, ich muss stärker werden. Mal schauen, wie viel Schamach ich jetzt? Sechs, konstinuierlich. Aber ich liebe es. Ich liebe es einfach jetzt schon. Ach, äh, wenn ihr eventuell irgendwas im Hintergrund hört. Ich hab gerade ne Serie geguckt. Dann denk ich wie so, hm, ich kann ja mal, äh, nachschauen. Und ich muss hier noch bei den Wölfen ne Quest ablegen. Auf einmal seh ich da einfach nur so ne Nachricht. Der Fuchs ist gekommen. Außerdem daher, dass hier, äh, noch Leute mit dem Wolf rumlaufen, denke ich, dass nur die beiden Wolf diese Sachen hier, also die Quest, geschafft haben, dass die den Fuchs freischalten können. Ey, mit so viel Lahn hab ich noch nie ne Folge aufgenommen. Ach. Ich hoffe, es liegt nicht an dieser komischen Sauerstoff-Überdosis. Und der Mutter hat mich rausgeschliffen. Oh, haben wir schon wieder? Ja, wir haben wieder genug. Eindeutig da rausgehen. Danach wieder auf Schaden. Aber, merkt man, merkt man, ich freu mich. Ihr müsst euch vorstellen, als ich das geöffnet hab, ich nicht so normal, und ich so, ja, ja, fahrt los, ja, klar. Oh Gott, ich hoffe, meine Mutter hat mich nicht dies unten. Ich habe sie nicht vergiftet, das ist doch absurd. Ja, er ist verpackt, kannibalismus. Oh mein Gott. Ja, eigentlich ist es kannibalismus. Wir sind ein Fuchs. Wir töten diesen Fuchs. Und wir bekommen da auch vom Fleisch. Also sozusagen bekommen wir das Fleisch vom Fuchs. Und dann benutzen wir dieses Fleisch. Ja, ist eigentlich kein Imbalismus. Egal wie man es wendet und dreht. Komm, gib mir mehr. Oh mein Gott. hat mir das gerade als fehlgegeben. Greift er mich auch an? Greift er mich auch an? Oder ist es auch noch verpackt? Wieso rennst du gerade? Geil. Geh auf den Level 2er los, während ich dich töte. Scheiße. Nein. Nicht. Nicht. Nein. Nein. Oh Gott. Renn. 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 Oh, he is so beautiful. Auch wenn es ein Mädchen ist. Und das ist Anja. Lel heißt wie meine Reitlehrerin. Ich sammle jetzt erstmal Fleisch und lebe den Fuchs nach ganz oben. Also könnte das um die Stunde dauern. Deswegen stoppe ich jetzt kurz. So viel zu, das wird eine halbe Stunde dauern. Und ich hatte wirklich nur so fünf und ich habe vier, fünf, fünf. Lost Foxes. Alter. Bro. Der macht einen Schaden. Das waren noch Zeiten, Alter. Da waren die noch richtig schwach. Ich habe wirklich nur einen Schaden. und das ist sehr lustig. Wie viel macht dann der Alpha? Wir haben noch ein paar Fragen, was ihre Konten betrifft. Die fehlt Annie. Annie McLean. Oh mein Gott, war das gerade süß. Habt ihr das gesehen? Wie süß war das denn? Er ist so gehopst. Trotzdem, warte, Silber, bist du männlich? Bitte, sonst, äh, oh mein Gott. Gerade so. Fünf Damage. Half 59. Biss nicht. Silber passt nicht? Ja, wir nennen dich Bald. Wer kennt auch den Film? Oh mein Gott, oh mein Gott, ey, am Anfang kann man so gut farmen. Hier. Vier. Dort hinten. Alter, ich habe erst angefangen. Aber anscheinend, äh, setzt sich das zurück. Was man so hat, also, ist unterschiedlich, von welchen Clan man hat. Mal, wer hat den Film? Wo hat er geplant? Wissen Sie was davon? Es ist nicht für uns, aber sie hatte viele Maryswells zu tun. Außerdem wollte ich ein, äh, Fragen und Antworten-Video machen, also, in die Kommentare irgendwas schreiben, und bis welches Level ich den Fuchs erstmal hochleveln soll. Und dann noch ein bisschen beim Wolf weiter, damit ich mein Fantasy bekomme. Warte mal. Ja! Ja! Oh, endlich! Der Bug wurde endlich zurückgesetzt. Halleluja, Alter. Nukleinen Pfeiffer aus. Man ist einfach am Anfang mit jedem befreundet. Post Travel. Cube Level Null. Wie ist das möglich? Es ist Level 3. Oh mein Gott! Du bist beautiful! Black Orange. Und es hat sich so warte... Einfach... Warte... Breeden? Wie viel... Oh. 20 Minuten. Ja, okay. Ich liebe diesen Bug. Du bist so ein Fuchs, der dich eigentlich angreifen will, aber der läuft dir die ganze Zeit hinterher. Ja. Oh. Oh. Jetzt greift er mich an. Jetzt will ich nochmal angreifen? Nee. Jetzt ist er wieder zahm. Das ist genauso wie mit meinem Kater. Er ist auch recht aggressiv. Und schon ist er weg. Bro, I love you. Come back to me. Ach ja, äh. Ich hab grad zu... Sequoie gewechselt. Oh, stimmt. Und ich hab gezüchtet. Was kommt raus? Level 2. Mach dir mal männlich. Grund Attack. 6. Dauert 8 Minuten, Alter. Das dauert... Level 9 dauert 8 Minuten. Weißt du was? Äh, Level 3 dauert... 20. Genau. Er gibt Sinn. Alles klar, Alter. Naja, das ändert mich an, Alter. Es gibt ein Anime, der hat mich komplett verändert. Bei dem rede ich nicht mehr normal mit Erwachsenen. Wird immer komplett förmlich. Ich sag nur, es ist ein Militär-Anime. Für ein kleines Kind. Was beim Militär ist. Es heißt Tanja. Er ist komplett gestört. Ich mag sie. Oh mein Gott. Oh. Hi. Evali. Warte mal. Warte mal. Leute. Job. Spirit haben sie verändert. Der hat hier zwei Schwänze und ein fucking Horst. Haben sie hier irgendwas... Hat nie was verändert. Hier nicht. Hier nicht. Nicht. Hallo, der Nervolf. Deutsch. Der sieht anders aus. Gletscherwolf. Donnerwolf. Ich hab ne Request. Von Överli. Oh mein Goooood. Ehre. Ey, du bist beautiful. Danke. Weil ich schon den Fuchs hab. Ich beschwör auf mein Leben, weil ich schon den Fuchs hab. Irgendwann kommt meine Mutter noch rein und fragt mich, warum ich mit mir alleine bin. Ich hab mir selber rein. Wie sehen die aus an, sie sehen doch nicht. Dann argumentiere ich. Oh, was soll ich argumentieren? Ich hab nicht zum argumentieren. Evali, I love you. I fucking love you. Come to me. Außer du bist ein Mädchen, Alter. Da bin ich tot, wenn man ja das herausfindet. Oh Gott. Ja. Ich hab kurz gedacht, ich hätte einfach auch zwei Schwänze. Ja. Das muss ich besiegen. Dich muss ich töten. Schön, dass die ja immer noch auf Englisch ist. Aber die haben ja gesagt, dass die das mit Google-Übersetzer machen. Wie wir alle wissen, Google-Übersetzer ist scheiße. Ich hab meinem Nachbarn, der in der 6. Klasse ist, bei Englisch geholfen. Ich hab ein paar Vokabeln wiedergefunden. Ich komplett vergessen habe. Ich muss drei davon töten. Ey, ich hab keinen Bock mehr. Komm, nächstes. Ich hab grad was gemerkt. Ich wollte wechseln. Ich rück's da drauf. Wolf wechseln. Ach ja, und, äh, Beuth greift jetzt. Warte mal. Anja. Lexa. Oh ja, ich dachte... Ich nehm dich mit. Bro. Love you. Also... Oh mein Gott, ich seh grad alter, wie schön die Augen sind. Hör auf, mich anzugreifen. Ich bin kein Gegner. Danke. Also... Ich werd jetzt noch die ganz bisschen Farmen züchten und hoffen, dass ich nächstes Mal besser dran bin. Also wie gesagt, Fragen in die Kommentare. Abo dalassen. Ihr wendet auch einen Daumen nach oben. Teilen. Und ich weiß, ihr werdet gerade mal hinkriegen, den Kommentar dazulassen. Weil ich ne scheiß Community hab. Ja. Ich hab euch trotzdem lieb. Meine kleinen Füchse. Junge, ich wechsle einfach immer wieder eure Namen vom Tier her, was ich habe. Also, ihr seid hier meine kleinen Füchse. Feuerweite meine Wölfe. Feuerweite meine Pferde. Meine Appelhörnchen. Also, tschüss.